die handtaschen aliens da immer auf das leuchten schießen das sind bomben wenn die dich damit erwischen bist du mich sonst gar auch hier hat nun mal gut netter handtaschen aliens oder ja total ganz liebe viecher diese kleinen face die sind nervig ich habe für die waffe nur noch fünf schuss muss mal gucken ob die hier was für dich getropst haben auf jeden fall können wir erstmal in der werkbank wieder rumfummeln hat sich gerade irgendwie verkehrt angehört oder so warum kann ich denn jetzt schwerer standard raum ja neue platine nachladen feuerrate nachladen feuerrate damit haben wir die aufgebessert so wir haben noch nicht einen einzigen plan hier gefunden ja es kommt später kannst ja auch selber rumexperimentieren mit den teilen die du halt gefunden hast aber dafür brauchst du viele teile gulasch für alle so neue waffe neues glück weil die andere hat mir echt nicht gefallen wo bist du denn halt da vorne genau nehmen wir die jetzt warte mal ganz kurz jetzt hast du noch Art pump gun oder sowas er auf jeden fall mit richtiger moon diese geräusch geräuschkulisse oh 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 nein ich werde gesleckt ich habe immer so ein scheiß Vieh bei mir so ein kleines Drecksvieh immer was mir andornt was mich immer anspringt nervenviecher ja manchmal rechnet man dann doch man 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 oh 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 Bye, bye, bye. Schön, dass du da warst. Habt noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Immer noch schön. Nein, hat mich wirklich gewollt. Bibi. Ja, wir müssen jetzt einen Zug rufen und es wird jetzt lustig. Erinnern Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Ja, hier ist was verriegelt. Ja. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bacca. Ich sehe mir das mal an. So, Goodie. Wo lang? Da. Oh nein, Facehugger. Scheiß Viecher, die sind sowas von nervig. Ja. Mein Gott. Wenn du ein Pfeife hier wieder auf dir drauf hast, bist du auch relativ schnell down. Achtung, Facehugger. Sitzt auf dir. Ja. Ich will ja nur kuscheln, das Vieh. Ich muss dem die Arme abschießen, dann stirbt es. Boah, er hetzt mich ja. Eklig, oder? Ja. Übel. Geräusche dazu sind echt. Ja, guck dir das mal an. Ja. Das Ding ist nur eine riesen Gebärmutter. Da scheißen mich diese kleinen Viecher raus. Du, der zeigt mir hier was an. Enthält Ressourcen und seltene Teile. Die Ersatzbox. Wo ist hier die Ersatzteilbox? Ich sehe keine Box. Die habe ich gerade aufgehoben. Achso, okay. Was wird dir denn angezeigt auch? Also, ich mag am liebsten noch den Plasma-Cutter. Das ist meine Lieblingswaffe. Ja, ich kenne ja noch nicht alle. Also, ich kann mich da noch nicht festlegen. Oh. Aber die hier ist nicht so schlecht. Wenn man hier noch ein bisschen abgradet, dann wird die bestimmt nicht schlecht. Was ist das hier? Radionachricht. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryo-Kisten geht, dann vergiss es. Die Cryo-Kisten? Das sind Särgedienst. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Okay. Ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der achtern Sektion. Äh, da ist noch eine Stasis-Station, falls ich das irgendwie... Und hier ist... Ja, Stasis-Station ist nicht schlecht, weil ich muss aufladen. Sucherbot wartet, wurde mir gerade was angezeigt. Ja, hier. Wo denn? Was ist jetzt? Oh, oh. Hinter dir. Ja, ja. Ich komme nicht los. Oh. Okay, ich muss puzzeln und du musst die mir vom Leib halten. Ich versuch's. Ich habe nicht genutzt. Ich habe nicht genutzt. Nein, ich kann nichts machen. Ah. Ich konnte nichts machen, weil meine Knarre war zu langsam. Alter. Alter. Das war jetzt unnett. Ganz ehrlich. Ja. Aber hier ist Speicherpunkt. Ich weiß nicht. Wo ist der Speicherpunkt? Na, wir hatten gerade einen Speicherpunkt, weil du ja sagst, wegen Hund rausgehen und alles, weil ich jetzt nicht weiß, wann der nächste kommt. Aha. Oder wir machen das noch. Dann dir. Wir ziehen das jetzt noch durch. Wir versuchen's. Okay. Das ist hier das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der achtern Sektion. Kompaktes, gerichtetes Elektro... Was? Ejektionsfeld. Aha. Interessant. Sucher-Bot. Wartet an der Bank. Aha. Deiner ist zurück, meiner noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier jetzt starten soll. Wie gesagt, ich konnte das leider nicht mehr loslassen. Ich hab alle Knöpfe gedrückt. Naja, ich hatte das Problem, ich konnte nicht so schnell schießen. Weil die Knarre war zwar so an sich nicht schlecht... Da oben steht im Übrigen eine Werkbahn. Vielleicht willst du noch mal fix gucken, ob du was verbessern kannst. Gute Idee. Ich gucke mal. Ich gucke. Okay. Sucher-Bot. Wartet auf Ressourcen. Ah, sehr geil. Stimmt. Bei mir ist er auch jetzt da gewesen. Sehr geil. Okay. Das heißt, wir können hier was umbauen. Dann machen wir die doch mal hier, wenn wir können. Ähm, nachladen ist eine gute Idee. Äh, der bekommt... Ja, Schaden wäre vielleicht... Oh. Plus ein Feuerrad und plus ein Schaden. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Yes. Äh, kann ich den da unten? Okay, den kann ich nicht. Ähm, Medipack brauchen wir nicht. Okay, das ist Müll. Das brauchen wir nicht. Safe. Da gibt ja auch eine Menge Gedöns drin. Strahlenkanone ist drin. Energiekanone. Ist auch drin. Interessant. Da sind aber Sachen auch von dir mit drin, oder? Kann das sein? Äh, glaube nicht. Ich nehme mal meine gesamte Muni mit. Besser ist das. Äh, wie schickt man... Achso, den Bot wahrscheinlich wieder... Ja, genau. Schickt man meinen Bot los. Was war das denn? Ich hab gewasselt. Jawohl, jetzt hast du aber eine richtige Bumme. Nicht schlecht. Es ist eine... Alles in alle. Ach, siehst du? Ja, stimmt. Den kann ich auch bloß jagen. Was ist denn am besten Sinn? Moment. Ja, das ist doch schon eher was für mich. Okay. Ich wär soweit, wenn du willst. Ja, versuchen was. Gut. Ich probier's nochmal. Ich geh mal, warte mal. Ja, ich bin schon dabei. Ja, ich bin schon dabei. Das war sehr ein Gegenkopf gerade. Oh, scheiß Fischer. Lässt dich schon wieder fressen. Oh, das gibt's doch nicht. Dauert nicht mehr lange. Du musst nur einen kleinen Augenblick durchhalten. Ich versuch's. Geschafft. Geschafft. Nee. Nein. Ach, ich bin schon wieder aufgeschrieben. Ach. Ich bin schon wieder fained. Ich bin schon wieder fändiger. Ich bin schon wieder fändiger. Ja, das war er doch. Ja, das war er doch. Achtung. Ich hab'n... Ich hab'n bisschen... Problem, was so'n bisschen, äh... Okay. Energy ein bisschen auftanken. Gott! Warte mal, ich guck jetzt fix unten nochmal, ob da noch Moon oder so rumfliegt. Ja. Ja, sogar eine ganze Menge. Herrgott, nochmal. Ja, das ging schon ab. Puh. Haben wir die schon angeklickt? Nee. Hey Commander, bist du da? Wenn es um die Cryo-Kisten geht, dann vergiss es. Cryo-Kisten? Das sind Särgedeats. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mich. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als... Oh! Oh, mein Sau! Mann! Wenn Sie zurückkommen, dann... Dann stimmt das nicht. Verstau Sie, dass irgendwie... Das war nicht nett. Nee! Damn! Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Oh, oh. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Oh! Mein Gott! Fortschritt wird gespeichert. Ich sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe mit diesem Trick schon drei Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Auch nicht schlecht. Sehr nice. Knochen. Ja, das muss es jetzt sein, ne? So gut passt. Dann würde ich sagen... Oh, jetzt genau. Ich bedanke mich natürlich für alle, die dabei waren, die zugeschaut haben. Auch neben groß an deine Leute drüben. Und ja, schön, dass du dabei warst und das machen wir auf jeden Fall weiter, ne? Ja, das spielen wir durch, natürlich. Gut, gut. Wunderbar. Gut. Gut, warte mal dann. Endlich mal fix den Stream. Mhm. Schön, dass ihr da wart. Bye, bye. Dasselbe mache ich jetzt auch. So. Tschü tschü, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschü tschü, mach dich mal hin? Tschü! F vérk!